Was schießt denn da? Achso, so ein Turm. Noch alle Mann da drauf. Ach, denn solche Attacken, ey krass. Ich weiß gar nicht, wer der Hütte so krass schießt. Das scheint mir irgendwie nicht die richtige Basis zu sein. Das auch nicht. Ich nehme jetzt einfach mal hier auch nochmal alles. Ja, einnehmen tue ich es nicht, aber gucken, ob irgendwo noch was ist. Hier ist nur eine Rüstkammer, die ist auch gut, wenn sie weg ist. Na, ich gebe ein, hier braucht vielleicht kommt ja noch ein Fahrzeug raus. Ich bin natürlich sehr von Vorteil. Aber die Fähigkeit ist mal richtig fies. Ob ich das mal so sagen darf. Deswegen mache ich jetzt das Ding auch zuerst. So. So. Das kann man. Naja, war es nicht schnell genug. Wir haben das Fehler. Uns fehlt nur noch der hier. Wo kommen die jetzt schon wieder her? Das gibt es doch gar nicht. Wo kommen die her? Können doch jetzt nirgendwo herkommen sein eigentlich. So. Außer den Weg. Es gibt nur noch den einen Weg. Und der ist jetzt zugestellt. Seitdem, die haben sich irgendwo hier noch eine kleine Basis hingesetzt. Aber eigentlich überhaupt nicht sein kann. So, zack. Die werden ausgebaut. Der wird ausgebaut. Die werden ausgebaut. Wer kommt hier hin? So. So. Das müsste meine ganze Armee sein. Ja. Ist ja recht überschaubar. Aber ist egal. Einen habe ich vergessen. Kacke. Dumm. Immer diese dummen Trumpformierungen, ey. Jetzt müssen es aber alle gewinnen sein. Das Ding ballert hier ganz fleißig. Das ist super. Von irgendwo da muss jetzt auch der Gegner kommen. Eigentlich. Weil woanders kann eigentlich gar nicht mehr sein. Das andere habe ich eigentlich eingenommen. Mehr oder weniger zum Mist. So. Der fällt immer noch weiter. Da passiert aber nichts mehr. Kommst du mal mit, bitte? Also viel können die nicht mehr haben. Weil hier kann nicht mehr viel sein. Da kann nur noch irgendwo so eine, weiß ich nicht was, Basis sein. So eine Pizzle-Basis. Ich kann natürlich einfach mal meinen Monolithen vorschicken. Dafür habe ich ihn ja. Um das mal so zu sagen. Habe ich wirklich nur noch diesen einen Trupp? Ja, habe ich tatsächlich. Da eben wird schon geballert. Auf mich. Auf mich geballert wird da. Der Baller an sich ist gut, aber auf mich ist blöd. Und die verrecken am Stück. Ach komm, weißt du was? Schießmann. Ist nur ein dummes Gebäude. Weil ich viel kann. Ich bin so nicht wirklich in der Flügel. Ich bin so nicht in der Flügel. Oh, ich bin so gut. Okay. Ich checke einmal hier, ob ich hier vielleicht noch jemanden finde. Ansonsten kümmert sich ja der Monolith schon mal drum. Und dann haben wir es nämlich gleich auch. Wahrscheinlich werden die hier sein. Weil das ist genauso ein einzelner Aufgang wie in dem anderen. Wie bei mir. Nicht in dem anderen. Das ist kein Deutsch. Sonst ist keine Antwort. Aber hier können die auch sein. Vielleicht haben die auch hier noch eine Basis hingesetzt. Und ich habe die eigentliche Hauptbasis schon zerstört. Aber die haben einfach sich eine neue gebaut. Das ist natürlich jetzt nicht unwahrscheinlich. Ich habe ja auch drei. Also von daher. Warum nicht? Warum sollten die das nicht können? Einheiten unter Beschuss da oben. Ist immer noch der eine Panzer? Eine Geißel. Wie kommt die da hin? Ohne Scheiß. Wie kommt diese Geißel da hin? Aber die stirbt. Irgendwo ist hier noch was. Ich weiß nur noch nicht wo. Irgendwo haben die noch was. Verdammter Nebel des Krieges ey. Hier kommt auf jeden Fall noch ein Geschützturm. Aber irgendwo müssen die auch noch eine Basis haben. Mit Gebäuden. Weil sonst hätte ich nämlich schon gewonnen. Logischerweise. Hier ist offensichtlich auch nichts. Heißt alle Mann hier hin. Und ihr. Macht euch mal auf den Weg. Könnt ihr doch mal hier. so ein Ding bauen. Ich habe zwar mehr als mehr als ich jemals werde ausgeben können. Aber da spielt ja keine Rolle. Ich könnte in der Zeit natürlich auch mal eben. Auskundschaften gehen. Was hier noch so rumläuft. Und kreucht. Die Gruftwelt von Kronos. Hier habe ich das Gefühl. Dass die NPCs mich verarschen. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Wo sind die denn? Die müssen doch von irgendwo kommen. Mal ganz ehrlich. Ach so. Ich wollte da noch. Hier vor mal so ein paar bauen. Damit ich mir hier so eine ganze kleine Armada zusammenrassle. Und die einfach mal irgendwo hinschicke. In alle möglichen Richtungen. Zu allen möglichen. Kleinen. Netten. Hier hin kann auch nochmal einer. Hier hin kann auch nochmal einer. Hier oben hin kann auch nochmal einer. Und von hier kommt aus irgendwelchen Gründen Geißel. Die hole ich mir jetzt. Zumindest teilweise. So. Den fahren wir jetzt mal hier hin. Den parken wir mal da vorne. Und die kommen alle mit. Und die können alle jetzt mal. Ich weiß nicht wohin ich die noch schicken soll. Hier hin. So. Ich übernehme jetzt einfach alle Punkte die ich irgendwie kriegen kann. Und dann mal gucken was überbleibt. Würde ich sagen. Ja der macht böse Auer. Hab ich hier noch so rumpimmeln. Weiß auch keiner so richtig. Der. Ja der hat den gleich. Und das Ding ist einfach gut. Das kann mir auch nichts anhaben. Das Teil. So. Teleportieren. Bitte einmal. Zack. Immerhin ein Stück. Irgendwo muss der dumme Gegner da noch sein. Der kann ja nicht ewig weit weg sein. Alle die wir eingenommen haben kriegen eine Monolith. So. Hab ich jetzt beschlossen. Jetzt müssen ja irgendwo hier noch Gegner rumpimmeln. Und von hier oben kommt eine Geißel. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt schon mal da ist wahrscheinlich ohne Basis. Da war ich zwar schon. Aber ich scheiß jetzt einfach mal drauf. Wobei ich die ja auch einfach mal hier gnadenlos reingejagt habe. Ohne Rücksicht auf Verluste. Weil mir das jetzt einfach mal egal war. Und mir es auch immer noch egal ist. Wenn ich ehrlich bin. Ich muss jetzt hier irgendwie mal Ende machen. Weil ich habe jetzt langsam einen Kaffee auf. Da ist ein halbes Gebäude. Hier ist ein ganzes Gebäude. Aber ich muss doch eigentlich nur das Hauptquartier zerstören. Aber hier ist nicht kein Hauptquartier. Verdammte Hacke. Oh, warte mal. Na ne, ich schaffe ihn mal mehr. Schade. Naja, whatever. Quatsch. Ah ne, war doch richtig. Ne, war nicht richtig. So, dann werden wir noch rumpöppeln. Ja, hier das Ding haben wir ja schon. Das ist ja nichts Neues. Das Ding können wir auch nochmal einnehmen. Weil dann haben wir sie alle. Auch dann treiben die hier so. Dann können wir gleich ausbauen. Weil dann habe ich alle Punkte übernommen. Weil dann gibt es nichts mehr, wo die noch stecken können. Wenn der Fall eingetreten ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was los ist. Dann bin ich mit meinem Latein nämlich auch am Ende. Wenn man das so sagen kann. Oh, warte mal, 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 warte mal. Das Ding zählt erst noch als Basis? Das ist ein halbes Gebäude, was überhaupt nicht gebaut ist? Oder wollen die mich tatsächlich verarschen? Oder ist das so? Okay. Wollen die mich so sehr verarschen oder machen die das echt? Ich bin mir nicht sicher. Oder habe ich jetzt gewonnen? War nicht, das war jetzt das letzte Gebäude. Ey, das gibt es doch gar nicht. Das war doch nicht mal fertig. Ah, na egal. Ich habe gesiegt, Ausrüstung gewonnen für eine Eroberung und den Gruftkrieger-Typen. Ja, das kenne ich schon und ich hätte gerne die... Die krassen Klingen und ich hätte gerne, ähm... Die Todesmaske. Kann ich die Todesmaske? Nein, ich habe nur einen Punkt, okay. So, was habe ich jetzt eingenommen? Von wo? Von wo? Hier, da. Ach, das war Level 5, ne? Oh, so. Herzlichen Glückwunsch. Dies ist die Provinz. Ja. So, Zug beenden. Das kennen wir alle schon. Die sind dran, die übernehmen das. Äh, wo passiert was? Die Orks übernehmen was von den Tau und schaffen es. Die bewegen sich von da nach da. Und ich kann hier so vieles machen. Aber ich speichere das Ganze jetzt. So, speichern. So, Eskart 1. Puh, und ich sage, Leute, ich bin raus. Ich, wir haben jetzt, äh, gleich, wir haben jetzt 3 Uhr morgens und, äh, ich muss jetzt ins Bett. Weil ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Weil ich nehme jetzt auch schon irgendwie 3 Stunden auf, fast. Naja, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht bei Dawn of War Dark Crusade. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Tschüss.